Okay, es geht weiter zum letzten Part für heute. Wie gefällt dir das? Tut es dir jetzt leid? Du solltest lieber auch mal trainieren. Soll ich Meister Kairo fragen, ob er dir auch was beibringt? Ach, so ein Kuckuck ist immer so nett. Du! Gönn mir jetzt ein Kaugummi. Hä, wo ist er jetzt hinverschwunden? Hey, warte! Ich glaube nicht, dass er die Lektion gelernt hat. Er wird sich ja wieder Ärger machen. Hm. Er scheint aber erstmal aufgegeben zu haben. Gehen wir wieder zurück. Er wird mich jetzt verarschen. Die ganzen Lege wieder zurück. Okay, die ganzen Kämpfe werden auch wieder rausgeschnitten. Ach, zu schneiden ist am besten. Sonst würdet ihr alles sehen. Das hätte euch zu genervt. Und ich bin gleich auf Level 28. Wollte kurz erwähnen. Hm. Okay, weiter geht's. Ähm, wo sollte ich hin? Ach, hier oben hin. Ich hab gleich mein Level ab. Okay. Jetzt da hoch. Und gleich wieder am Ziel. Okay, ich werde jetzt mal rumkämpfen einmal. Okay, geschafft. Und jetzt machen wir mal alles auf maximal hier. Maximal. Warte, noch nichts gelernt. Kette hoch. Jetzt fehlt noch das hier. Das sieht doch mal gut aus für so ein Kuckuck. Ach, das Video ist jetzt gerade auf 5 Minuten. Aber wenn ich jetzt raus schneide, sind das jetzt 3 Minuten. So. Oder 2. Wir haben es geschafft. Wir haben Raditz besiegt. Und Affe und Gregory waren mal scheiße hier. Haben die mal richtig mitgekämpft. Hier. Wir sind zurück. Master Kario, wir sind wieder da. Und der Affe und der Käfer haben nicht geholfen. Ah, da seid ihr ja. Wir sind mit Raditz gelaufen. Ja, wie ich schon gesagt. Die beiden haben mich nicht schlecht gelassen. Die Affen. An diese Schweine. Wir haben ihn zurecht gewesen. Aber ich glaube, er hat noch nicht ausgelernt. Ausgelernt? Gibt es das Wort? Verstehe, das überrascht mich nicht. Er wird sicher wieder was aushecken. Kann ich mich auf dich verlassen, wenn es wieder soweit ist? Ja, klar. Na klar. Ich bin noch gar nicht lange hier. Und Raditz scheint schon viel schwächer geworden zu sein. Hey, natürlich. Allein dadurch, dass du hierher geraten bist, hat sich dein Ausdauer stark verbessert. Oh. Oh ja, das war im Prinzip auch schon so eine Art Training. Richtig. Genau, Son Goku. Oh, du scheinst Besuch zu haben. Hä, Besuch? Von wem? Besuch? Uranai Baba. Uranai Baba. Was machst du denn hier? Ich habe dir doch schon eine Nachricht für die anderen geschickt. Dass sie mich erst in einem Jahr holen sollen. Ähm, das Einjahr ist vorbei. Nun ja. Deine Freunden fällt es nicht leicht, die Dragon Balls alleine zu finden. Was ein Jahr lang zu trainieren, wird nicht viel nützen, wenn sie mich nicht zurückwünschen können. Achso, ich weiß, ich habe mit Meister Kaio gesprochen. Wir haben entschieden, dich mit auf die andere Seite zu nehmen und bei der Suche nach den Dragon Balls zu helfen. Oh. Aber Moment mal, ich muss doch trainieren. Auch meine Stimme. Das wissen wir. Betrachte die Suche nach den Dragon Balls als Teil deines Trainings. Oder willst du, dass die Zeit schon erscheinen und du nicht zurückgewünscht werden kannst? Wieso schaffen sie das nicht ohne Son Goku? Nein. Dann wäre das gekleidet. Ich springe nicht zurück. Ach ja, mit den Dragon Balls gibt es eine bestimmte Sache, was man da machen kann, aber das erzähle ich euch noch gleich. Was? Man kann die Dragon Balls mit den Drang Balls den stärksten Charakter, also den stärksten Gegner im Spiel heraufbeschwören. Die verlorenen Dragon Balls, der lange Weg zum Sieg. So, meine Schüler, ihr habt genug trainiert. Wolltest du eigentlich irgendwas sagen? Ich hab euch alle lieb. Ich hab noch nachgedacht, da ihr alle am Ende eure Trainings angelangt seid. Gott, unser Training ist niemals vorbei. Wie könnten wir am Ende angelangt sein? Angelangt sein, ja. Ihr langweilt euch doch sicher schon, oder nicht? Also was ist? Sollen wir mit der Suche nach dem Dragon Balls beginnen? Richtig. Tja, es wäre ziemlich sinnlos, wenn wir Son Goku nicht nach seinem Training zurückwünschen könnten. Ja, Yamshu, du wirst sowieso merken, warum du eigentlich nutzlos zwischen den ganzen anderen bist. Ganz genau. Ich schicke euch alle... Kehrt... Achso, ich schicke euch alle. Kehrt auf die Erde zurück und findet die Dragon Balls. Verstanden. Juhu, Mutten Roshi. Willkommen zurück, wie war das Training mit Gott? Das Training war hart, aber wir haben es geschafft. Jetzt weiß ich, wie Son Goku so stark werden konnte. Gut, gut, das freut mich zu hören. Wir möchten nach dem Dragon Balls suchen. Aber wir haben gehört, dass du uns etwas sagen willst. Ich hab euch alle lieb. Ich habe Neuigkeiten, ich habe eine Nachricht von Baba. Sie sagt, sie hat Verstärkung für unsere Versuche nach dem Dragon Balls. Verstärkung? Ja, ich weiß selbst nicht, wer das sei... Wer sein... Wer soll... Wer so... Soll... Ach, scheißegal. Ihr solltet bei Babas Palast mir halt machen, bevor ihr mit der Suche beginnt. Piccolo! Springt einfach aus dem Dach rein. Piccolo, Son Gohan! Was macht ihr Vorpelze da? Ihr solltet doch schnell wie möglich die Dragon Balls finden. Wir waren beschäftigt. Ihr habt schon halt lieber die Fresse, er verbrücke dich zu schnell. Wen interessiert das? Erzählt das den Sai Jin, wenn sie hier angekommen sind. Hm. Wieso bist du hier? Sicherlich nicht, um mich mit Nervensegen wie euch herum zu ärgern. Ich bin hier, um die Dragon Balls zu finden. Du hilfst uns, sie zu finden? Ich hab doch gesagt, dass ich nichts mit euch zu tun haben will. Ich will sie für mich selbst haben, auch wenn ich dabei eure Arbeit erledigen muss. Dun, dun, dun. Naja, wir sind jedenfalls froh über die Hilfe. Wie auch immer die Gründe sind. Auf zu Babas Palast. Pul und Bulma sind bereits auf dem Weg dorthin. Holt euch das Drachenradar von ihnen, wenn ihr im Palast seid. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Ich hab das noch nicht? Das hab ich auch noch nicht, okay. Dun, 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 dun. Dann haben wir für einen normalen Angriff das Element Blitz hinzu. Achso. Ich brauch zu viel Geld. Zu viel Geld, Leute. Ähm, okay, so. Okay, jetzt gehe ich erstmal zur westlichen Hauptstadt Und gebe da ein paar Sachen mal ab Zu den Karotten, Mann, lass mich durch, Mann Danke Okay Warte, wie viele Charaktere sind wir? Okay, fünf Stück Keiner von denen ist ausgerüstet, wusste ich da Ja, komm, einfach so Vollring, kriegst du Energie Energiearmband, so So Energiering Okay, sind alle ausgerüstet Okay Achso, hier war das noch Piccolo Böser Anschlag, einfach mal Regeln jetzt Oha, okay, das ist auch gut Ich muss mit allen hier richtig trainieren, okay Dün, 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 dün Dün, 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 dün Dün, 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 dün Ach Was mache ich da? Ich wollte auch zu den Typen, verdammte Scheiße, nochmal Ich hab's vergessen Ich gebe mal die ganzen Karotten ab Und wollen wir mal sehen, wie viel mehr fehlt Ich muss sowieso noch sehr viel Geld sammeln, um die ganzen Objekte zu holen Die da irgendwie 50.000, 500.000 irgendwie alle kosten Okay, das haben wir jetzt auch Karotten abgeben Hier Du hast mir insgesamt 611 Karotten gegeben Willst du mich verarschen? Ey, das ist noch nie 611 erst? Okay, da fehlen mir noch 400 Okay, 400 nur noch etwas Nein, 300 noch etwas, würde ich sagen Ach Dauert noch echt lange noch Okay Eigentlich müsste ich Geld sammeln, aber Ich will erstmal die Karotten machen Nachdem ich das gemacht habe, kann ich echt die Karottenhandschuhe in die Tonne werfen Die brauche ich dann echt nicht mehr Und das Video ist auch bald voll Okay Quippenturm Fünf Elementeberg Oh nein, Babas Palast Speicheln wir aber ab Ich glaube, ich muss mit den Ich muss mit Son Gohan und Piccolo sehr viel trainieren Boah, boah Cool Ja, okay Ich hoffe, ich habe nicht so viel geredet Hallo Ihr seid spät Ups Was für eine Reaktion Ups Ja, das ist richtig Komm raus Es sind alle jetzt da Son Goku Hey Papa Wie geht es euch allen Papa Der grüne Mann hat mich verges- Nein, nein, egal Son Goku, wie? Baba hat mir dabei geholfen, dass ich bei der Suche nach den Dragon Balls mitmachen kann Na, habe ich doch gesagt Ich habe einen starken Helfer Du kannst Das kannst du laut sagen Hier ist das Duengradar Jetzt haben wir alles, um sie zu finden Drachenradar Drachenradar, okay Drachenradar, Leute Nicht Dueng Achso, Duengradar Ja, okay Das ist die deutsche Übersetzung Kapseln Drachenradar Drachenradar Drücke zum Benutzen Okay Sehen wir uns das mal an Teufelsklo Ähm Teufelsklo Okay Yunsabit Plateau Wüste Muskelturm Fragezeichen Warte mal Kann ich jetzt die Drachenbots Ne Ich dachte man kann jetzt das gucken Okay Ich gehe mal zum Teufelsklo erstmal Teufelsklo Teufelsklo Der Name sagt schon einiges Okay Teufelsklo Teufelsklo Kackter Teufel hier Ich kann mich gar nicht an diesen Ort hier erinnern Oh, eine Truhe Keykette Bestimmt Erhöht man Erhöht man Key oder so Egal Jetzt gehen wir mal rein und schauen uns mal die Leute hier da drin an Okay Was so ganz schön unheimlich hier Wirklich, ich fühle mich hier ganz wohl Ist klar, Son Goku Ist klar Piccolo Irgendwas Böses liegt in der Luft Das bin ich Etwas Böses Das käme nur Das käme mir nur gelegen Hm Hey Das Drachenrader zeigt an zwei Orten Drachenbots an Alles klar Dann haben wir noch zwei Drachenbots Wir haben schon halt recht Beilen wir uns Achso, jetzt beginnt die Drachensuche Äh, eine Drachenbotsuche Ich weiß nicht Ich hab irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei Große Bohne Okay, irgendwelche Symbole auf dem Boden Okay Äh So Lichtgranate auf die hier Das ist der letzte Kampf in diesen Parten Und danach mach ich einen Cut Da muss ich sowieso jetzt ein bisschen rumgehen und trainieren Sehr viel trainieren also Was? Ach du Scheiße Ich muss trainieren, Leute Ich muss trainieren Verdammte Scheiße Nochmal Wie schnell der gestorben ist Ach du Kacke, Mann Okay Es wird jetzt hart trainiert Sehr hart trainiert Verdammte Scheiße Nochmal Okay Jetzt hab ich alle Charaktere Jetzt kann ich alle Charaktere Aber jetzt Äh, gut trainieren Wieso hab ich die Fledermost Nicht getroffen Komm, so ein Goan Scheiße, Mann Töte ihn Ich muss gleich schnell hier raus Ich muss trainieren Seht euch den Schaden an, den ich mache Erwärmlich Lichtgranate Scheiße Scheiße, Mann Bitte stirb Bist du da ausgewichen? Oder hab ich das ja nicht gerade richtig gesehen? Ey, das ist der größte Kack Heile dich mal Leck mich doch Masenko, komm Ja, komm Töte es Okay Rassenko Und Böse Anschlag Ey, der lebt immer noch Ey, nicht dein Ernst, oder? Phönix-Feder Lichtgranate Scheiße, Mann Scheiße, Leute Ich muss jetzt richtig Schlimm trainieren Okay Okay Wir sehen uns das nächste Mal Wenn ich richtig Richtig heftig Trainiert habe Also bis zum nächsten Mal